Hallo und herzlich willkommen bei Invest & Grow. Mein Name ist Christopher. Dieses Video richtet sich an alle, die gerade mit dem Print-on-Demand-Business beginnen, beziehungsweise die ganz am Anfang stehen und sich jetzt auch fragen, ja wie starte ich denn am besten, sodass ich möglichst viel Zeit und Geld sparen kann und auch nerven. Und daher habe ich mir auch die Frage gestellt, wie ich das denn machen würde. Also aus meiner heutigen Sicht, mit meiner Erfahrung, wie würde ich das T-Shirt-Business neu starten. Wirklich so einen kleinen Reset-Knopf und dafür jetzt in diesem Video 5 Punkte, wie ich das Ganze angehen würde. Und wir springen direkt rein in den ersten Punkt und zwar, so schnell wie möglich aus den unteren Tierstufen herauszukommen. Ja, also Zeit ist ein wichtiger Faktor und ich habe es leider so gemacht, dass ich hier wirklich drauf gewartet habe, dass die ersten Sales kamen und ja, meine Option der Wahl wäre hier, dass ich mich direkt rauskaufen würde. Und da muss ich hier mal auf meinen schlauen Zettel schauen. Und zwar die günstigste Variante ist, um auf Tier 100 zu kommen und ich habe das direkt mal hier für Tier 100 ausgerechnet, weil ich der Meinung bin, dass ich erst ab Tier 100 wirklich meine Chancen grundlegend erhöhe, weil ich ja einfach mal das 10-fache an Slots habe. Und viel höher als Tier 100 würde ich auch gar nicht gehen, also falls du das Geld übrig hast, ja, ich liste jetzt mal ganz kurz auf. Und zwar die günstigste Variante ist es, sich 25 Popsockets zu kaufen zu einem Preis von insgesamt 258,75 Euro. Oder, ja, weil die meisten natürlich nichts mit Popsockets anfangen können, kannst du natürlich auch T-Shirts bestellen, ob für deine Freunde, deine Familie, Bekannten, wie auch immer. Und das würde auch pro T-Shirt 13,30 Euro bedeuten und insgesamt 332,50 Euro für 25 T-Shirts. Somit bin ich direkt in Tier 100 und ich hoffe natürlich, dass ich so bald wie möglich abgetiert werde und ich dementsprechend auch meine Chancen erhöhen kann. Das wäre mein erster Tipp, also so schnell wie möglich aus den unteren Tiers herauskommen, das Momentum mitnehmen und auch wirklich essentiell die Zeit sparen, denn du möchtest natürlich auch deine Ideen umsetzen und auch kreativ sein und das schaffst du nur, wenn du hier wirklich so schnell wie möglich aus den unteren Tiers herauskommst und sozusagen deine Möglichkeiten erweiterst. Der zweite wichtige Punkt lautet Research. Und zwar solltest du hier auch die meiste Zeit investieren. Ja, gerade wenn du nur 100 Slots zur Verfügung hast, solltest du hier sehr, sehr sorgfältig arbeiten und das würde ich genauso machen. Ich würde auf die Straße gehen, mir Inspirationen holen, ich würde mir die Leute angucken, was tragen die für T-Shirts, was gibt es so für interessante Nischen. Ich würde ein bisschen in meinem Umfeld schauen, was habe ich für ein Hobby, was habe ich für Kenntnisse, Fähigkeiten, was mag ich an Sprüchen, was mögen vielleicht andere Leute, die angeln, an Sprüchen und so weiter. Also schau dich da um und nicht unbedingt mit diesen ganzen Research-Tools. Ja, da wird dir sowieso nur das vorgeschlagen, was auch allen anderen vorgeschlagen wird. Sondern schau dich mal ein bisschen weiter um. Also nicht nur das machen, was alle anderen machen, sondern werd kreativ. Davon lebt ihr eben, dieses Business. Kleiner Einwurf an dieser Stelle. Und zwar mache ich eine Art verstecktes 1000-Abonnenten-Special, in dem ich dreimal 15 Minuten Gespräch mit mir verlose. Alles, was du dafür tun musst, ist, meinen Kanal zu abonnieren und unten in die Kommentare zu schreiben, Hashtag 1000. Ich möchte damit ein großes Danke aussprechen an 1000 Abonnenten und wir machen weiter im Text. Der dritte Punkt lautet, Fehler, die ich vermeiden würde. Und zwar das erste, dass ich mir zu viele Plattformen raussuche. Also bau dir wirklich die Plattform Step-by-Step auf. Bespiele jetzt nicht alle Plattformen, die es gibt, irgendwie gleichzeitig, sondern fokussiere dich wirklich erstmal auf einzelne Plattformen. Denn ja, jede Plattform hat so ihre Besonderheiten oder ihre eigene Zielgruppe, sage ich mal. Also die Leute, die zum Beispiel auf Merch bei Amazon ein T-Shirt kaufen, das sind ganz unterschiedliche, als die jetzt zum Beispiel über Redbubble oder T-Public kaufen. Der zweite Punkt ist, dass du dir zu wenig Zeit für den Research nimmst. Also sei wirklich kreativ und nimm dir möglichst viel Zeit für den Research. Sei sehr gründlich und verstehe auch deine Nische. Der dritte Punkt ist, dass du hierzu niedrige Preise ansetzt, wie zum Beispiel auf Merch bei Amazon. Da sehe ich sehr, sehr häufig, dass ihr auch T-Shirts auf dem deutschen Markt für 13,30 Euro hochgeladen werden. Das ist nicht zielführend. Wir Deutschen besonders legen auch so ein bisschen die Qualitätsmesslatte auch mit dem Preis gleich. Also viele Deutsche sagen, okay, je höher der Preis, desto höher ist die Qualität. Das stimmt natürlich nicht unbedingt, aber in der Psychologie des Menschen geht es ganz oft so in diese Richtung, dass wir einem höheren Preis eine höhere Qualität zurechnen. Und deswegen achte hier auch so ein bisschen auf die Psychologie des Preises und schaue, dass du hier irgendwo unter die 20-Euro-Marke kommst. Beziehungsweise, dass du ja im nächsten Schritt dir sogar noch die Konkurrenz anschaust und dir anschaust, okay, wie preist denn die Konkurrenz die Konkurrenzprodukte dementsprechend. Dann im vierten Punkt kein Verständnis für die Nische. Also schaue dir unbedingt die Nische an. Wie sind die Sprüche aufgebaut? Wie sind die Designs aufgebaut? Welche Farben werden verwendet? Welchen Humor feiert sozusagen diese Nische? Und ja, versuche vielleicht so ein paar Sprüche zu kombinieren. Vielleicht findest du einen guten Spruch aus einer anderen Nische, die vielleicht in dieser Nische besonders gut passen könnte, wenn du es ein bisschen anpasst, ein bisschen so deinen eigenen Stil mit reinbringst, sag ich mal. Und das kann ich schon definitiv weiterbringen. Auf jeden Fall, baue unbedingt ein Verständnis für die Nische auf. Den fünften Fehler, den ich vermeiden würde, ist, dass man sich zu wenig im Markenrecht auskennt. Gerade am Anfang hat man noch nicht so richtig das Verständnis, was man benutzen darf, was man nicht benutzen darf, was ist geschützt und was ist nicht geschützt. Ich habe dir dazu hier oben mal ein Video verlinkt, wo ich das Ganze mal so ein bisschen erklärt habe, wie ich das so in meinem Workflow eingebaut habe, wie ich wirklich auch Sprüche kontrolliere, ob die irgendwie geschützt sind. In einer Nizza-Klasse, die ich eben hochlade oder eben nicht. Da habe ich dir auch erklärt, was eigentlich Nizza-Klassen sind. Und ja, wie gesagt, schau dir einfach das Video an und dann springen wir auf den nächsten Punkt. Unter dem vierten Punkt möchte ich dir gerne die Plattform nennen, die ich von Anfang an jetzt noch bespielen würde, die sich aus meiner Sicht jetzt noch lohnen. Zwar natürlich, die erste Plattform ist hier klar mit Fokus zu behandeln. Also Merch by Amazon, gerade hier auch der amerikanische Marktplatz, der hat definitiv das größte Potenzial bisher. Dann die zweite Plattform lautet für mich KDP, die dritte Plattform Spreadshirt und die vierte Plattform TeePublic. Für die vierte Plattform brauchst du auch einen Marktplatzzugang. Das kann ein bisschen dauern, da musst du ein bisschen geduldig sein und auch hier wirklich nur sehr langsam hochladen. Und in dem fünften Punkt möchte ich dir gerne erklären, wann ich den ersten Designer anstellen würde. Und zwar meine Designer finde ich generell unter onlinejobs.bh. Das Video werde ich dir mal hier verlinken. Ganz einfach mit Vorlagen, wie du mit Designern kommunizieren kannst und wie dein Bewerbungsprozess aussehen könnte. Und jetzt das ganz Wichtige und zwar so meine kleine goldene Regel, was ich dem Designer mindestens bezahlen möchte. Und das ist auch so das Einstiegsgehalt, mit dem ich beginne. Und zwar lautet das 400 Dollar. Also ich möchte mit dem Business oder privat möchte ich zumindest 400 Dollar übrig haben, um mir den ersten Designer voll leisten zu können. Vorher steige ich nicht ein. 400 Dollar bedeutet für mich persönlich aus meiner Erfahrung, dass ich den Designer auslasten kann, dass er nicht für andere Auftraggeber arbeiten muss, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Deswegen die 400 Dollar. Einfach um sozusagen den Wert, den ich in den Designer stecke, also zum Beispiel in Form von Anlernen, welche Art von Designs ich gern haben möchte, diesen Progress, den möchte ich gern mitnehmen mit dem Designer und möchte ich ungern mit einem anderen Klienten dementsprechend teilen. Also ich fange jetzt nicht an, irgendwie mit 200 Dollar mir den ersten Designer zu suchen und den irgendwie nur halb auszulassen, sondern ich möchte ihn wirklich komplett auslassen. Und der Designer ist damit eben auch zufrieden. Erstmal grundlegend. Ich gebe natürlich eine Aussicht, dass er natürlich mehr verdienen kann im Laufe der Zusammenarbeit. Also wir arbeiten auch wirklich langfristig dann zusammen. Das kommuniziere ich dementsprechend auch. Und ja, aber mein Anspruch ist es eben dem Designer das eben auch zuzusichern, dass er die 400 Dollar monatlich bekommt für die und die Arbeit, also für die und die Anzahl an Designs. Und dementsprechend arbeite ich dann eben auch mit dem Designer erst, wenn ich die 400 Dollar zusammen habe für den ersten Designer und auch absehbar ist, dass ich das eben auch nächsten Monat mir leisten kann. So, in diesem Sinne viel Spaß und Erfolg im Business. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.